Wo kann ich denn den Wurm eigentlich dann reinsetzen? Bei welchen? Tu den einfach in die Kiste. In welchen Wurm? Ich hab jetzt auch, ich glaub, ich hab auch irgendjemanden auf mir sitzen. Der Baum hier draußen ist... Leg den Apfel hier in die Kiste, den Wurm. Ja, draußen ist eh ein Wurm schon infiziert. Mhm. Das ist ja mal richtig seltsam. Ja. Das ist, jetzt hab ich keinen Bogen mehr, sondern irgendjemanden auf mir sitzen. Bei mir ist es beides irgendwie... Okay, man braucht zwei... Du Scheiße. Man braucht zwei Cirque Mesh, damit man das... Ups, aha. Ja. Das Interessante ist, ich kann nicht mal in mein Menü reingehen, die Tanks... Äh, jetzt... Äh... Ja, das ist bei mir ganz normal, außer das... Ja, ich konnte das gerade nicht ändern mit den Tanks. Okay. Jetzt ist bei mir wieder alles normal. Das hat was mit dem Questbuch zu tun. Okay. So, hier unten sind zwei volle Tanks wieder drinnen. Uh, der dritte ist auch gleich drinnen. Äh, so... Soll ich mal versuchen, draußen abzuernten? Warte lieber, bis es hell ist. Oder nicht mehr nach... Das kannst du lange warten. Wer hat denn die Dinger eingesammelt hier... Äh... Im... 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 So, jetzt kann man gleich das erste Mesh machen. Haben wir schon den Baum infiziert? Ja, den habe ich gerade abgebaut. Den habe ich gerade abgebaut, den Baum. Okay. Und da setzen wir auch gleich den nächsten hin und infizieren den nochmal. Ich habe jetzt nur 24 Strings rausbekommen. Ja, schön. Wenn das geht. Schatz, machst du dann die nächste Quest fertig? Ich habe die Strings in die Kiste gemacht. Besser, kann ich machen. Und ich lasse den nächsten Baum infizieren. Wie lange brauchen die denn die Bäume denn zum Wacken? Hast du Bone Meal ausgewählt bei deinen Quests? Ja. Warum benutzt du das nicht? Weil ich es vergessen habe, dass ich immer einen Inventor hatte. Das hatte ich gar nicht gesehen. Ja, das ist ja kein Problem. Wir sind da, um zu helfen. So, ähm... So, der Quest ist abgeholt. Wir haben Filled Fuel Conister. Komm. Und dann leg ich aber den stessiv nochmal in die Kiste ran. Arsch. Das war ein Komet. Ja, da musst du aufpassen. Was cool ist. Wir brauchen Leaves oder das Erd oder das Erd Ich informiere... Infizier da mal ein paar Bäume. Ich hab... Äh, Cassie. Nee, hier. Die hier drüben sind infiziert. Das siehst du. Komm mal her. Da wird weiß. Das sind die normalen. Ja, ich meine ja die da. Nee, die bleiben. Die sind so normal zum Abbauen. Okay. Das hat schon einen Grund, warum ich sowas immer trenne. Weil du brauchst normaler Holz, wo du die Saplings rauskriegst und Holz und dann die infizierten Bäume, wo du Strings rauskriegst. Okay. So. Ähm... Ja, wie... Soll ich das Safe aufstellen? Ähm... Ja, das kannst du hier in die... Ach, du. ...stellen. Okay. Dieser Stein. Alter, wie kann man den abbauen? Kann man den abbauen? Und... So, und dann kann sich da nämlich einer draufstellen. Und das... Warte mal, wir machen das ein bisschen sicherer, dass die Ärzte hier nicht überall rumfliegen. Ich komm da nicht hin. Hä, ich stand da auch grad drauf. Machen wir den Teil so. So... Ja. Da fliegen die Ärzte nämlich hier nicht so rum. Mhm. Oh, ich muss so rumfliegen die Ärzte nicht so rumfliegen. Können wir nicht irgendwie so einen Teil machen, dass wir hier überall los... Ähm... Ja, so weit sind wir noch lange nicht. Wir haben nicht mal Ärzte. Wir müssen erst mal... fragen, wie man... was... was man dafür braucht. Ähm... Das ist der Bubble... Oxygen... Decompressor Bubble. Du brauchst Steel. Das hat sich definitiv schon erledigt. Ähm... Ich snack mir jetzt ein Abel hier. Hier fehlt doch aber ein Stern, seh ich gerade. Hm... Es hat doch jeder einen Stern bekommen. Einer ist unten, einen hab ich in die Kiste. In den Winter. Okay. Ja, pass auf, die lasst du mit dem Ding stirbst, weil... die... äh, wenn die leer sind, so schnell kommen wir nie an einen neuen Stern ran. Ja, ich tu's in die Kiste. Oder wo soll ich's hin tun? Ja, in die erste Kiste, die wir erstmal voll machen wollen. Äh... So, nächstes Ding hier ist vollgeladen. Also vier volle Fjokern ist damals unten. Cool. Ähm... Dann... Dann doch die fünf Gravel in der Quest. Dann nehm ich die mal zum Durchsieben. Hm. Hast du ne Quest fertig? Ne, das war ja die, wo ich von dem... Ding bekommen hab, von... wo ich die... Zeig schon. Ja... Das Sieb gemacht hab, hab ich fünf Gravel bekommen. Äh... Interessant. Weil... Äh... Ich glaub, die Party war ein Fehler. Es kann nur einer ne Quest abgehen und wir kriegen das Zeug gar nicht. Ach nein. So haben wir alles nur einmal anstatt dreimal. Hm... Also wieder austreten. Hm... Also muss dann jeder von uns die Quest selber machen. Das ist dann auch immer das andere. Es sei denn, wir machen die Quests fertig und einer nach dem... Es wird dann immer abgewechselt, wer eine Quest abgibt. Das erst du einen abgibst, dann Cassie, dann ich und dann wieder du, dann wieder Cassie und ich. So können wir das auch handhaben. Mhm. Gut. Ich hab' das gar nicht dran gedacht, dass das so... ein Mist ist. Ähm... Ja. Wir bräuchten, äh... für eine nächste Quest ein Meteor... ein was? ein Meteor. ein Vollmeteor. Ja, hinter uns liegt einer. Essie, hast du eine Spitzhacke? Hab' ich dabei. Achso, kannst du den mitnehmen? Ja, ich muss erst mal die Mops hier... Achso. Die haben doch wieder extra Leben, die Schweine. Mhm. Äh, ich hab' hier irgendwas rausbekommen. Fish and Rice Cake. Ess, ich hab' Essen gekriegt von nem Zombie. Mann. Stumpe. Kann ich den mit ner Holzachst abbauen, weil das Eisen ist? Nein. Ich brauch' Stein. Stein. Ähm... Wir brauchen wir nen Hammer... Nee, Dirt 7. Mhm. Oder willst du... Wie viel dort haben wir dann? Äh... 16. Nein, 33. Wir müssten viel mehr haben, ne? Wir haben 33. Oder, äh... Ich mach' mir ja nur... Wir haben 33... 33 Dirt? Ja. Na, sieb' das durch. Alles? Darf' ich das machen? Wir haben hier draußen einmal, äh, 5 Dirt und einmal 3 Dirt gesetzt. Das reicht vollkommen aus, wieder anfangen. Mhm, tschüss. Ja, dann... Also... Einfach... Ja. Wir kriegen Dirt... Äh... Wir brauchen uns doch bloß den, ähm... Barrel hinsetzen und die Thieves und Strings dann durch sieben... Äh, äh... Zur Erde machen lassen. Äh, dann kriegst du Stone Pebbles raus. Ja. Schatzl... Damit du dann... Dann kriegst. Das ist... Das ist wie bei Sky. Wie macht man, äh, Erde? Ja. In einem Sound-Oster. Ich schweiii. Naja. Ich spiel' das Pack ja nicht zum ersten Mal. Ja, du, hab' ich. Es macht aber einfach nur Fun. Also, wenn, äh, Cassie, wenn du keinen Bock hast mit der Crohn, die Bäume abzubauen, einfach auf den untersten Holzstamm mit der Axt machen, dann baut's alles ab, auf einmal. Okay. Ah, ja. Ich hab' mal die Ärzte, die ich hab' bin... Die kannst du in der Extra-Kiste machen, du Ärzte. Für die Quest brauchen wir ne Block of Coal. Oh, Rottenflash. Soll ich Cobblestone-Cro... Cobblestone-Pevels zu Cobblestone machen, ja. Darf' ich denn? Oder? Ah. Ah. Jetzt hab' ich mir Bruch weggeworfen. Ich hab' Gras-Seeds. Ey, Janik. Gras-Seeds. Einfach in die Kiste. Und Potato-Seeds. Äh. Du die Seeds in die Kiste. Okay. Weil das ja dann da rauskommt. Mhm. Mhm. Oh-oh. Oh, Hilfe. Da brauchen... Was sieht's da? Warum? Was ist los? Ich werde dir gerade von der Spinne angegriffen. Dann rein ins Haus, da kommen sie nicht rein. Hab sie getötet. Ja. Mhm. Cassie, wenn du willst, kannst du ein... Steilspitzhacken machen. Äh... Hi Tyrox. Hallo. Jo. Einmal auf'n Server und dann könnt' ihr... Hä? Schatz. Was brauchst du mal? Du hast geleckt. Aber vom übelsten Grad. Äh... Tyrox einmal auf'n Server und zu Melvin ins Teamgen. Äh... Was ist das? Also... Äh... Fisch-Enterize-Gang. Dann in euren Channel. Achso. Okay. Ähm... Äh... Äh... In-Game. Oder? Wie in-Game. Ihr seid in-Game in einer Gruppe und für euch ist dann der Astronauten-Channel 2. Geil. Zum Quatschen da. Weil er mich schon infiziert, die hier jetzt noch eingewachsen sind? Ja, hast du. Die drei, die ich draußen angepflanzt hab? Ja. Weil ich mach da immer gleich die Würmer rein. Dieser Stein kann man erst abbauen, wenn du jetzt ne Spitzhacke hast. Äh, wenn du ne Steinspitzhacke hast, ne? Oder wie? Ja, ich hab's mit Holz versucht. Äh... Das ist die eigentliche. Äh, ich hab den Stein. Ich hab aber die Sticks. Nein, ich hab auch Sticks. Ich hab mal Holz geklaut. Ich hab grad mal ein Pixel weggekriegt. Zwei. Könnt ihr vergessen. Die kriegst du nicht abgebaut. Wow. Äh... Es gibt ja hier auch diese, so ne Art Höhlen, wo da normal Stein ist. Gib nochmal die Steinspitzhacke. Gib mal die. Äh... Wie das hier verstrickt ist. Wie das hier verstrickt ist. Und warum... Ich hab nur keine Ahnung. Ja, ich dachte halt grad, dass in diesen Höhlen, wo halt auch die Erze drin vorkommen... Jetzt sortiert er. Ja. Wenn ich sortieren möchte, dann geht das nicht. Nein. Ist klar. Mimimimi. Ihr habt gemimimit. Nein, du. Gerade eben. Ich hab das... Habt ihr nicht so'n, äh... Barrel gemacht gehabt? Ja. Die sind hier. In der Unterkiste Barrel. Ach... Da. Ähm... Da könnte man aber noch irgendein gebrauchen. Dann können wir dreimal her... Äh... Ja, der Herstand rechtzeitig. Ähm... Da haben wir ihn. Also auch wenn ich dann die infizierten Bäume mit der Steinspitzhacke unten abbau, bekomme ich dann trotzdem Sieds raus? Nein. Dann verpuffen die Leaves. Die verschwinden einfach. Ich bin nämlich gedacht. Okay. Alles klar. Aber die normalen kannst du so abbauen. Hast du ne Stein-Axt? Ja. Hast du von mir bekommen? Ich glaub zwei. Auch. Haha. So. Warte. Guck mal. Bleib mal stehen. Habt ihr Stein am Kopf geworfen. Warum verwendest du unsere Steine zum... Ach ey. Ja, bitte. Mimimi. Zum... Am... Stein. Brauchen... Gravel für Erze. Hast du dir jetzt einen Tank rausgenommen? Ich? Ja, ich hab noch zwei. Nein, hab ich noch nicht. Ähm, dann den Lern bitte. Äh, hier wieder in die Kiste, die du rausholst bei dir. Weil da ist einer grad drinnen. Ach, du hattest nur einen im Inventar? Ich hatte zwei im Inventar. Weil du grad Schaden gekriegt hast. Ja, weil ich den falschen rausgenommen hab. So. Die Lern immer unten in die Reihe machen am besten. Habe ich grad schon gemacht. Ach hier. Ich bin grad am Verzafeln, wie man Gravel bekommt. Und... Außer... Ne gut, eigentlich nur mit, wenn man den Hammer... So nen Hammer craftet. Ja. Und wir müssen vorher Dirt herstellen. Und da bin ich hier schon teilweise dabei. Ich hätt jetzt... Äh... Na gut, stimmt. Äh... Also ich bin jetzt hier grad dabei, ne? Mh... Sag mal, irgendwie... Ir... Irgendwie vermisse ich die Anzeige von... Äh... Weiler oder Wabler oder wie das Ding her ist. Ohm... Aber nur mal, so war das jetzt wirklich sinnvoll mit der Party, dass wir jetzt alles nur einmal bekommen. War das cool, dass wir alles so dreimal bekommen haben? Ja, eigentlich schon, aber... Wir müssen doch alles dreifach graften. Damit wir... Damit wir halt weiterkommen. Ja, aber dann haben wir's halt doppelt. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so schlimm. Wir bleiben jetzt in der Party und gut. Ja, weil ich kann ja diese ganzen Dinger jetzt ja gar nicht. Ich glaube es 4 Stunden waren das.